Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir verreisen bald für drei ganze Wochen. Und da muss natürlich ein bisschen was an Spielzeug mit. Allerdings Spielzeug, was entweder sehr, sehr klein ist oder sehr, sehr flach. Und deswegen möchte ich euch heute zeigen, was ich mitnehme. Dieses Video ist wieder gesponsert, ist in Kooperation entstanden. Ich verlinke euch wieder alle Produkte unten in der Infobox. Und wir starten mal mit den Sachen für Svea. Um so etwas bin ich schon seit längerem herumgeschlichen. Und zwar nehme ich ihr mit so ein Color Me Mine. Und zwar kann man hier, also ich habe mich jetzt für eine Tasche entschieden. Da gibt es auch noch Portemonnaies und alles mögliche andere. Das kann man halt selber anmalen und gestalten. Da sind die Stifte, sind hier mit dabei. Und dann kann man das halt benutzen. Und ich dachte, das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich werde es dann auch aus der Verpackung noch rauslösen, wenn ich es einpacke. Das ist jetzt Fantasy Maxi Hipster. Wenn ihr ganz genau danach eventuell suchen wollt. Und das, hier sind übrigens Neonfarben. Und das kann sie dann halt dort, wenn wir unterwegs sind, gestalten. Und dann dort halt auch noch benutzen. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Das ist das erste Teil, was wir von Color Me Mine haben. Aber ich finde das System an sich eigentlich eine ganz coole Sache. Was ich für Svea noch mitnehmen werde, ist, weil es so schön flach ist und damit gut in den Koffer passt. Das ist so ein Perlenset. Ein relativ großes, wie ich finde. Also man hat hier auch sogar so Karabinehaken dabei. Dann sind hier die Schnüre und ganz viele, wirklich viele, viele, viele verschiedene Perlen. Und hier oben auch Anhänger verschiedenster Größe. Hier hat man auch sogar Stoffblumen, die man da dran hängen kann. Und Buchstaben. Und hier sind auch nochmal Schnüre. Das ist einfach was, wo sie mehrere Tage sich mit beschäftigen kann. Wo sie dann auch den Kindern, die wir zwangsläufig da kennenlernen werden, auch das mit denen zusammen machen kann. Oder denen auch Armbänder oder Ketten oder so machen kann. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und weil es halt so schön flach ist. Dann nehme ich für Svea noch mit das hier. Ich liebe ja solche Klebestickerhefte. Die habe ich euch schon so oft gezeigt. Die sind wie immer vom Asporn Verlag. Und für Svea habe ich mich diesmal entschieden für mein erstes Anziehpuppen-Stickerbuch. Kitty, das kleine Kätzchen. Und da hat man halt wirklich so Klamotten dabei und so. Das finde ich richtig cool. Das ist für Svea und die sind halt auch so schön flach. Und hier bin ich mir noch gar nicht sicher, ob Vince das machen wird oder Svea oder ob sie das eventuell auch beide zusammen machen werden. Das ist auch nochmal ein Stickerbuch und zwar Dschungel. Und die Sticker sind übrigens auch immer wieder ablösbar von den Seiten. Das können die auch wirklich hin und her hängen. Und ja, vielleicht arbeiten sie da auch einfach beide dran. Genau, das ist der Dschungel, auch wieder vom Asporn Verlag. Jetzt zeige ich euch, was ich für Vincent mitnehme. Und zwar die beiden Sachen hatte ich tatsächlich schon und kann sagen, dass die sich absolut bewähren. Absolut Top-Qualität. Und zwar bekommt er sein drittes Set Spinfighter. Also der spielt dann wirklich viel damit und wenn die kaputt gehen, dann ist das auch wirklich, weil sie einfach so oft bespielt wurden. Das ist jetzt hier der Dragonfly. Der besteht dann sogar aus zwei Teilen. Ich glaube, den Vulture hat er schon mal gehabt oder den Falcon hat er schon mal gehabt. Und das ist jetzt der Dragonfly. Genau, die werden hier so aufgezogen. Ist so ein bisschen wie Beyblade ähnlich. Und dann kreiseln die halt. Und damit kann er sich wirklich stundenlang beschäftigen. Dann baut er sich Hürden und Arenen und weiß der Kuckuck was. Also das ist bei dem gut aufgehoben. Und das ist halt so eine schöne kleine Verpackung. Und, und das hatten wir auch schon mal, das hat er letztes Jahr von mir zu Ostern bekommen. Ich muss dazu sagen, Vince ist ein riesengroßer Dino-Fan. Der kann einem auch wirklich diese ganzen zungenbrecherischen Namen nennen. Und auch was Pflanzenfresser und Fleischfresser heißen. Und ich kann mir das selber immer nicht merken. Ich breche mir immer nur die Zunge, wenn ich die entsprechenden Bücher dazu vorlese. Und er liest wirklich richtige Lexikons, Sachbücher zu Dinosauriern. Und von Simba Toys gibt es solche kleinen Eier. Und da hat man dann ein Ausgrabungsset drin. Hier sieht man das ganz gut. Da kommt dann so ein Klumpen raus. Und aus diesem Klumpen befreit man dann das Skelett. In diesem Fall von einem Velociraptor. Letztes Mal hatte er, glaube ich, ein anderes. Da war das Ei auch dunkelbraun. Und ich würde empfehlen, das in einen Teller zu tun. Oder in einen kleinen Karton, wenn er das da ausgräbt. Aber damit ist er auch gut. Da bleibt er auch dran. Damit ist er gut eine Stunde, anderthalb Stunden beschäftigt. Und ist dann glücklich und spielt dann auch noch mit diesem Velociraptor. Und auch die Eier werden bei uns aufgehoben. Die sind auch wunderbar stabil. Und das ist halt auch wieder so was Kleines, was man gut mitnehmen kann. Und dann bekommt auch er ein Stickerbuch von mir. Natürlich auch wieder von Asborn. Von dieser Reihe hatten wir auch schon mehrere. Da hatte ich schon Autos und Monster-Trucks und noch irgendwas mit Robotern. Und das ist jetzt hier der große Sticker Spaß Dinosaurier. Mit über 200 Sticker-Bauteilen. Weil in dem Fall ist das so. Das ist halt hier jetzt das, wo es aufgeklebt werden kann. Und dann fehlen so ein paar Teile. Sieht man hier halt auch sehr gut. Und das muss dann halt einfach mit den entsprechenden Stickern aufgefüllt werden. Das macht er auch wirklich sehr, 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 sehr gut. Kann sich sehr lange damit beschäftigen. Diese Stickerbücher sind auch eine gute Sache im Auto. Oder wenn man essen ist oder so. Das macht sich wirklich sehr gut. Und dann nehme ich mir was mit zum Spielen. Und zwar hatte ich das auch bei Asborn entdeckt. Und es ist ja so schon so unglaublich schön. Guckt mal. Und zwar ist das so ein Mandala-Malbuch. Muster und Designs zum Ausmalen. Und die sind ganz, ganz klein. Und ganz, ganz wunderschön. Und da kann ich mich dann mit dazu setzen, wenn die Perlen fädeln oder ihre Dinosaurier ausgraben. Und kann was mitmalen. Und da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf. Ich habe mir auch einiges an Hörbüchern und Podcasts fertig gemacht, was ich mitnehmen will. Und was ich mir dann nebenbei anhören kann. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das verlinke ich euch auch sehr, sehr gerne unten in der Infobox. Und dann natürlich noch so die Klassiker wie CDs und Bücher und natürlich Stifte. Und dann wird es das auch schon fast gewesen sein. Noch ein paar Dinos, noch ein paar Autos und noch ein paar Kuscheltiere. Aber ich habe halt wirklich Dinge gesucht, die entweder sehr, sehr flach oder sehr, sehr klein sind. Und ja, das war es auch schon. Das wollte ich euch zeigen. Wenn ihr noch Tipps für Spielzeug auf Reisen und unterwegs habt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.